Hallo Freunde, heute mal in ganz aller Kürze nur ein kleiner Tipp im Turm entspielen. Ihr seht, wenn wir zwei Verbundene oder zwei mehr Bauern haben, dann ist die Stellung natürlich im Regelfall gewonnen. Und es tun sich, ich sehe es immer wieder, sehr viele Leute einfach schwer, weil sie es nicht üben, wie man diese Bauern voranbringen kann. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch den Extremfall, dass der König abgesperrt ist durch den Turm, dass der eigene König gar nicht mitspielen kann. Dann kommen immer viel auf die Idee und fangen hier nur an, irgendwie mit den Bauern zu rennen, verlieren dann irgendwie einen dieser beiden Bauern. Ja, und dann das entstehende Endspiel ist dann oftmals Remis. Mit diesem kleinen Trick, den ich euch jetzt zeige, sollte das alles kein Problem mehr sein. Ihr seht einfach, dieser Bauer deckt diesen Bauern, dieser Bauer deckt den Turm. Das heißt, alles und dieser Turm deckt diesen Bauern. Das heißt, wir haben hier so ein Dreieck aufgebaut, alles deckt sich gegenseitig wunderbar. Ja, wichtig ist dabei auch dieser König, dass der quasi hinter dem, naja, hinter dem Turm steht. Der Turm steht hier auf der, auf der, auf der fünften, ja, und die wollen hier in die Richtung nach oben rennen. Der König steht eben, eben hinter diesem, hinter diesem. Es wäre, etwas anderes wäre es, wenn der, wenn der König vor dem Turm stünde. Dann würde der Trick gleich nicht funktionieren. Kommen wir sofort zu. Worin besteht jetzt dieser Trick? Wie kriege ich die jetzt vor, ohne Angst haben zu müssen? Ähm, ich ziehe erstmal diesen einen, den, den vorderen Bauern voran. Der Turm deckt diesen Bauern. Und der Turm deckt ja auch nach wie vor diesen anderen Bauern. Wir sehen, der schwarze König kommt einfach nicht an die, äh, an den Turm ran, nicht an den Bauern ran. Denn, äh, hier sind überall, alle Felder sind kontrolliert. Heißt, der König kann quasi nichts machen. Wartet mal ab. Dann ziehen wir den anderen Bauern vor. Jetzt decken wir da, der Bauer deckt diesen Bauern. Aber jetzt kommt der König hier eben ran und greift den Turm an. Und jetzt ziehen wir aber den Turm einfach ein Feld nach vorne. Und dann haben wir die gleiche wie in der Ausgangstellung, nur eine Reihe weiter nach vorne. Bauer deckt Bauer. Bauer deckt Turm. Turm deckt Bauer. Kein Problem. Und wir sehen einfach, dass dieser König, der, der kommt hier nicht hin, der, der kommt hier nicht hin, der kann den nicht schlagen. Der kommt einfach nicht ran. Wenn ihr sagt, ja, komm mal hier, der Turm kann doch jetzt hier eine Million Schachs geben. Ja, eine Million nicht, ein paar nervige vielleicht. Aber am Ende des Tages rennt der König dann ja einfach nur nach vorne, vor seine Bauern, schützt sich selber auf der B-Linie durch diesen Bauern hier gegen Schachs. Und dann ist der König natürlich hier auf dem Umwandlungsfeld und in der Nähe, um seine Bauern zu unterstützen. Das würde dem Schwarzen also auch nicht wirklich helfen. Ja, und ansonsten kann ich mit Schwarz auch nichts machen. Ja, ich kann hier nichts angreifen, weil wenn immer ich jetzt hier irgendwas angreife, spielt keine Rolle. Der eine Bauer zieht vor, wie immer. Jetzt kann ich diesem Bauern nichts schlagen, wegen dem Turm tauschen und ist der Bauer aus dem Quadrat des Königs raus. Und ja, wenn ich wieder zurückgehe, dann kommt der zweite Bauer wieder vor. Jetzt erst kann der König den Turm angreifen, der geht wieder eine Reihe vor. Ja, und jetzt haben wir das gleiche Problem oder die gleiche Situation, nur eben noch eine Reihe weiter vor. Und das geht immer so weiter, bis wir am Ende des Tages mit unserem Material quasi umgewandelt haben. Dann wieder den Turm dahin und im nächsten wandeln wir um. Überhaupt kein Problem. Ihr seht, wir brauchen unseren König gar nicht. Obwohl die abgeschnitten ist und in der Ecke steht und ganz weit weg ist, dann brauchen wir gar nicht. Bei dieser Konstellation, dass wir, wenn wir zwei Meerbauern haben, die Bauern decken sich gegenseitig und der König steht unter dem Turm. Jetzt wissen wir aber auch, warum der Trick nicht funktioniert, wenn der König über dem Turm steht. Nämlich, jetzt können wir unseren Bauern nicht nach vorne rücken, weil der Turm dann angegriffen wäre und weg wäre. Hier müssten wir natürlich wieder andere Motive, ja, hier könnte man mit dem König erst ranlaufen und den Turm wegstellen und so weiter. Anderes Thema, andere Geschichte. Ich wollte euch heute jetzt hier erstmal nur diesen Trick zeigen, wie ihr ohne König quasi die Bauern nach vorne bringen könnt. Könnt, ohne dass der gegnische König, ohne dass der gegnische Turm irgendwas von euch schlagen kann oder aufhalten kann. Da ist nichts gegen zu machen. Also, nutzt diesen Trick, um Turmenspieler zu gewinnen. In dem Sinne, besten Dank und bis zum nächsten Mal.